Heute im Adventskalender Türchen auf meiner Facebook-Seite facebook.com.sandra.fenzel habe ich einen super tollen Preis für euch und zwar einen Original Hommi Reitrock. Letztes Jahr hatten wir den ja schon im Adventskalender, da gab es ja wahre Begeisterungs- und Aufregungsstürme sozusagen. Und der Hommi ist wirklich ein ganz ganz toller Reitrock. Das ist jetzt Modell Casa, was es auch zu gewinnen gibt. Das ist praktisch die Softshell-Variante, innen schön mit weichem Vlies gefüttert und du darfst dir aussuchen, ob du so wie ich so einen Reflektor oder lieber eine Zierbordüre hättest hier so. Borde heißt das, glaube ich. Ich bin da dem Schneider-Chargon nicht so gut unterwegs. Aber der Reitrock ist wirklich ganz ganz toll. Der ist wasserdicht, der ist winddicht, der wird dich bei jedem Ausritt, so wie jetzt im Wind und Wetter, warm halten an den Oberschenkeln, an den Beinen. Der geht wunderbar weit rauf. Ja, also der hat so einen ganz langen Bund, dass wirklich auch eben die empfindlichen Nieren und auch Lendenwirbelbereiche schön geschützt und wärmend sind, also gewärmt sind. Und ich liebe einfach diesen Hommi. Der ist wirklich ganz schön. Vielen, vielen Dank an dieses wunderbare Sponsoring. Und ja, wenn du so einen Hommi gewinnen willst, dann mach jetzt mit. Heute gibt's den, aber nur heute, einen auf Facebook zu gewinnen. Kommentiere, warum unbedingt du von der Silke Kern einen handgenähten Hommi brauchst. Ja, vielleicht auch mit einem netten Foto von dir und deinem Pferd. Würde mich sehr freuen. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und morgen gebe ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Viel Spaß. Gerne auch die Seite von der Silke Kern liken. Hommis Reitroff blende ich nochmal ein in den Kommentaren. Und bis morgen. Hommis Reitroff blende ich nochmal ein in den Kommentaren.